Großer Bahnhof im kleinen Knüppeldamm. Am vergangenen Dienstag soll Bundesverkehrsminister AD Günther Krause das Haus zurückgeben, das er vor einem Jahr kaufte, aber nie bezahlte. Entsprechend hoch ist das mediale Interesse an Deutschlands bekanntesten Mietnomaden. Ja, ist eigentlich so gekommen, wie wir gedacht haben, ne? Feige. Die geprellte Eigentümerin der Immobilie ist leidgeprüft. Mir wäre lieber gewesen, ich hätte einen normalen Käufer gehabt, der ganz normal wie jeder andere Mensch eine Finanzierung hat. Und wenn er keine hat, dann muss er dazu stehen und sagen, es tut mir leid. Für mich gibt es nur zwei Optionen, bezahlen oder ausziehen. Und beides hat er nicht gemacht. Das war's für mich. Wie geht es jetzt weiter? Wir werden jetzt morgen die Zwangsräumung beantragen und dann werden wir das Haus mithilfe eines Gerichtsvollziehers räumen lassen. Haben Sie sowas schon mal erlebt? Nein. Ich denke, Herr Krause ist einmalig. Tja, da liegt er bestimmt noch großen Wert drauf. Gott sei Dank gibt es ihn auch nur einmal. Zum vereinbarten Termin erscheint Krauses Anwalt, DDR-Innenminister AD, Peter Michael Diestel. Wo Mandant Krause ist, bleibt unklar. Wo der Schlüssel zum Haus ist, auch. Alles gut. Sie waren ja schon mal hier, oder? Ja. Der einzige, der fehlt, scheint mir Herr Krause zu sein. Gut, Frau Krause, ja. Und der Schlüssel. Ja, und der Schlüssel. Mein Schlüssel könnte kriegen, aber seinen habe ich nicht. Das kommt jetzt nicht ganz unerwartet. Unerwartet kommt auch der bodenlose Fall des Günter Krause nicht. Es ist der Tiefpunkt im Leben meines Mandanten. Ich glaube, das Glück hat ihn verlassen. Der liebe Gott hält seine Hand nicht über ihn im Moment. Er hat früher sehr intensiv über ihn gelassen. Und das ist im Leben so. Da gibt es mal einen Auf und einen Ab. Und dieses ganz, ganz tiefe Ab von Herrn Professor Krause tut mir leid. Dabei war Sause Krause mal ganz oben. Schrieb sogar Deutsche Geschichte hier bei der Unterzeichnung des Einigungsvertrages. Auch im vereinten Deutschland macht Krause Schlagzeilen. Erst als Bundesminister, dann als Affärenrekordhalter. Herr Krause, warum sind Sie noch nicht zurückgetreten? Bitte Sie. Einer seiner Söhne düst mit Papa im Bundeswehrjet in die USA. Dummerweise hatte der Herr Minister vergessen, die Reise abzurechnen. Können Sie uns sagen, was Sie in San Francisco gemacht haben? Es folgen die nächsten schmutzigen Geschichten. Erst lässt Krause den privaten Umzug vom Staat bezahlen, dann seine Putzfrau vom Arbeitsamt. Zuschuss für die Putzfrau, wie erklären Sie sich das? Und dann gab es noch die Jeep, die Schwarzarbeits- und die Raststätten-Affäre. Herr Krause, wollen Sie nicht gehen oder lässt man Sie nicht gehen? Noch kurz vor seinem Rücktritt schließt er einen Rücktritt aus. Seit zweieinhalb Jahren versuchen Sie mir irgendwelche Spannereien zu unterstellen. Sie und Ihr Sender. Sie bringen mich nicht aus der Ruhe. Überhaupt nicht. Vom Politiker zum Bauunternehmer. Mit seiner Firma Aufbau-Invest will er günstige Volkshäuser verkaufen. Nur drei Jahre später ist die Firma schon wieder pleite. Für Krause gibt es eine Verurteilung wegen Insolvenzverschleppung und Betrug. Auch ein Millionenkredit der Bayerischen Landesbank verschwindet irgendwie im Untergrund. Können Sie sagen, wo die elf Millionen liegen sind? Da müssen wir mal noch ein bisschen vordern. Vielleicht sind Sie jetzt dran. Auch der Bundesligist Hansa Rostock klagt auf 50.000 Mark. Die hatte Krause dem damaligen Vereinsboss Diestl vertraglich zugesichert. Er benimmt sich wie ein permanenter Schuldner, ein Mann mit leeren Taschen. Wenn man derartige Leistungen in Anspruch nimmt, muss man auch im Innersten die Pflicht spüren, für diese Leistung mit der Gegenleistung zu reagieren. Das hat der Krause nie gemacht. Sodass ich davon ausgehe, dass er einfach nicht zahlen kann. Ironie der Geschichte. Heute ist Diestl Krauses Anwalt. Konnte ihn neulich in einem weiteren Strafverfahren sogar vor dem Knast bewahren. Vorerst. Ein schlimmerer Absturz, als den Herr Professor Krause jetzt mitmacht, ist in Hinsicht auf das gesellschaftliche Ansehen kaum vorstellbar. Darüber hinaus ist er relativ gesund und relativ vital. Und das tröstet ihn und andere auch. Von alledem hat Frau Schustag offenbar nichts mitbekommen, als sie im letzten Jahr ihr Haus in Knüppeldamm an der mecklenburgischen Seenplatte verkaufen will. 350 Quadratmeter inklusive Schwimmbad, Sauna und Möbeln. Fast 500.000 Euro soll das Anwesen kosten. Eine Maklerin soll sich kümmern. Zwei oder drei Tage später rief sie mich dann schon an und sagte dann, das ist aber Krause. Ja, Günther, Günther Krause. Ich sag, soll mir das jetzt was sagen? Also ich muss jetzt wirklich so sagen, ich hab's in dem Moment nicht gewusst, wer er ist. Naja, jedenfalls haben wir den Termin dann gemacht und die traten dann auf und hatten gleich ihre Hausschuhe mit. Dann kam er ins Kaminzimmer rein. Das ist ja toll, das ist ja super. Und dann ging er noch eine Treppe weiter runter, da war dann der Wintergarten. Und Heike, das nehmen wir. Krause macht Druck. Der Verkauf wird beurkundet. Nur bezahlt wird nicht. Verkäuferin Schustag zeigt sich großzügig, lässt Krause trotzdem im April vergangenen Jahres einziehen. Bei einem exklusiven Interview vor sechs Wochen schildert Sause Krause seine Sicht der Dinge. Wie immer nimmt er es mit der Wahrheit nicht so genau. Für Frau Schustag ist es eine sehr unangenehme Situation. Auch für Frau Schustag ist es auch unangenehm, Herr Müller, auch für Frau Schustag. Das ist für beide Seiten unangenehm. Am 21. April war der Standpunkt von Familie Schustag, wir brauchen das Geld nicht unbedingt. Aussage. Wir brauchen das Geld nicht unbedingt. Deshalb kommt es uns nicht auf einen Tag an. So und dann wurde die... Naja, aber es sind 365 Tage nun fast. Es sind überhaupt nicht 365 Tage. Wo April ist das? Wenn die Frau Schustag unterschrieben hat, dass sie damit einverstanden ist, dass natürlich noch eine Zeit lang der Kaufpreis ausbleiben wird, dann sind das nicht 365 Tage oder ich kann nicht rechnen. So oder so, am vergangenen Dienstag kommt weder Geld noch Krause. Die gerichtlich verfügte Zahlungsfrist verstreicht, ebenso wie die daraufhin festgesetzte zweiwöchige Übergabefrist für das Haus an die Schustags. Alles nur Schuh. Vom Sausekrause zum Pleitekrause. Der Herr Bundesminister Adé ist derweil untergetaucht. Er versteckt sich an diesem Tag im 119 Kilometer entfernten Kirchmöser. Herr Krause, dürfen wir mal fragen, warum Sie heute nicht ausgezogen sind? Warum sind Sie denn heute nicht ausgezogen? Sie hatten doch eine Frist. Können Sie es mir kurz erklären vielleicht? Ich kann es Ihnen nicht erklären. Demnächst kommt der Gerichtsvollzieher zu Krauses. Wieder einmal. golden von